Bei der Zusammenarbeit mit Online-Tools greifen synchrone und asynchrone bzw. zeitgleiche und zeitversetzte Phasen oft ineinander. Durch die Auslagerung einer Datei in die Cloud können alle beteiligten Personen daran zeit- und ortsanabhängig zusammenarbeiten. Im folgenden Beispiel wird das Zusammenspiel erläutert. Bei der Entwicklung eines Konzepts kann beispielsweise die Arbeitsgruppe an einem gemeinsamen Treffen das Grundgerüst festlegen und das weitere Vorgehen besprechen. Anschließend arbeiten die Gruppenmitglieder zeitversetzt am Inhalt weiter. Dabei ist der aktuelle Stand der Arbeit für alle Beteiligten jederzeit einsehbar und Änderungen können direkt vorgenommen werden. In der Vernehmlassung kann dem Team die Möglichkeit gegeben werden, sich über die Kommentarfunktion mit Fragen und Einwänden einzubringen. Die Kommentare öffnen somit eine Meta-Ebene, auf der über den Inhalt diskutiert wird, ohne diesen bereits zu verändern. Das erlaubt eine wesentlich effizientere Durchführung der Konferenz, an der das Konzept verabschiedet wird, denn alle kontroversen Punkte liegen im Vorfeld schon auf dem Tisch und sind teilweise bereits andiskutiert. Schließlich kann das Konzept aufgrund der diskutierten Punkte in die endgültige Form überführt werden.